Oh, Lieb! Jungs! Das könnte böse enden. Ja, du sagst es. Sehr knapp. Das wird viel tun! Ich hab doch nichts getan! Du solltest doch in Position bleiben, Frischling! Den bekommst du zurück wie eine Rakete! Hilf mir! Also ehrlich, Jungs, das sind keine Blumen. Und, sagen wir's eben? Er weiß es schon. Was ist das? Wow! Matchball! Du kannst schon mal anfangen einzupacken, Süße. Denn glaub mir, gleich schlägt dein letztes Stündchen! Wow! Was? Nein! Wow! Nice! Wow! 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 Klimaanlage! Klimaanlage. Eklig. Ich mach die Klimaanlage an. Hier ist eine Biene im Auto. Du doch was. Ich fahre. Hi, Biene. Sie ist hier hinten. Sie sollen mich nicht stechen. Oh mein. Auf keinen Fall bewegen. Wenn ihr euch nicht bewegt, wird sie euch nicht stechen. Nicht rühren. Sie blinzeln. Rühren die Feuer um. Was macht ihr? Das ist der Fall. Wow. Wow. Also hier draußen ist es ja ziemlich anstrengend. Ich fliege nach Hause. Wow. Kann ich dem Regen fliegen? 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 Wow. Wow. Mayday. Mayday. Biene stutzt ab. Ken, kannst du mal das Fenster zu machen? Ah, ah. Hey, ich zeig euch meinen neuen Lebenslauf. Praktisch gestaltet als Faltbroschüre. Seht ihr? Kann man auffalten. Oh nein. Noch mehr Menschen. Das hat gerade noch gefehlt. Warum? Die zieht mir nicht auffällig an. Puh. Au. Was war das denn? Musik